Leute, ich habe ein neues Auto zum Geburtstag bekommen. Ralf, ich komme mit Fritz zu dir. Hier, seht euch meinen geilen Schlitten. Ey, nice. Steht dir die Farbe. Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Altes Live Epic mit einigen verdächtigen Leuten der TT-Gruppe, unter anderem Ralf. Hi. Dados. Guten Tag. Herr Blaze. Hallo. Crabs One. Hallo. Und unsere Freizeitgehilfen der Kapuzenwurm. Hui. Und lass mich nicht lügen, ich strecke es extra länger raus. Akrota. Hey. Das ist dein Fuchs, wie du das gemerkt hast. Okay, wir haben jetzt einen Plan und zwar haben wir gesehen, beim Airfield sind gerade ein paar Polizisten und die wollen wir jetzt überfallen und vor allem töten. Also töten wollen wir sie halt auf jeden Fall. Überfallen, glatte. Ich habe nur doppelten Weg. Überfahren oder was? Auch. Mit Helis und Pfff. Also ich lande mal bei der Radbahn. Lande doch schon mal so, nicht in Sichtfeld, das ist blöd. Ja, deswegen Radbahn ist nicht in Sichtfeld. Ich meine ja, wenn du im Sichtfeld wärst und kein TT dran steht, also wenn ein anderer geflogen wäre, dann hätten sie vielleicht, hm, was hat der vor, was will der machen und dann kommen wir. Zwei Hande, ein SUV, ein Quad. Komplett blauer Himmel, Sonnenschein, aber es regelt wie in Ström. Sonnenregen, ja. Sonnenregen, gibt es? Ne, gibt's nicht. Kannst nicht geben. Gibt's hier auf Altes nicht. Ich kann, ich habe mich da ganz genau in der Weisbüro informiert. Gehst du hier raus mal, sobald ich gelandet bin, dass du dich schon mal hier positionieren kannst? Natürlich. Okay, jetzt sind es nur noch zwei Fahrzeuge. Ich glaube, die fliegen gleich los. Ja, aber die haben noch nichts empoundet, das heißt, da steht da alles noch. Ach, wir haben Brecheisen dabei gewesen. Aber in jede Menge Leute, ne? Kann man hier mal Kart fahren? Drei Hande und ein Quad-Bike, sehe ich da. Jo, bin draußen. Was hat der eine sein SUV auch mit gebaut? Ich steige auch mit raus, das sollt's nicht. Fahr, Blaze! Ja, ich gebe doch schon Gas, Mann! Akota, verstecken. Zur Not kriegen wir noch das Quad. Wir nehmen den auf jeden Fall, was er ist. Ja, ich bin da, ich bin da, ich warte auch auf dich. Ich starte nur schon mal den Motor. Ja, aber hier, mal noch informativ sein, wir sind jetzt hier noch einmal auf einem Ausweichserver. Ist natürlich wieder eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben einen neuen Server, auf dem sind dann auch Sachen wie Niederschlagen und Raketenwerfer und sowas alles drin. Und das geht ab Sonntag dann weiter, also Aufnahme Sonntag. Voraussichtlich. Ja, nein, das wird jetzt so. Und jetzt sind wir noch einmal hier auf dem Ausweichserver, wir haben alle zwei Mille bekommen und wir haben pünktlich angefangen, wie immer. Ein Traum. Deswegen habe ich auch jetzt kein Scharfschützengewehr, also nicht wundert, warum ist das nicht so. Ja, fahren wir gleich raus. Ja, fahren wir, fahren wir direkt drauf. Ja, fahren wir nah, nicht drauf. So jetzt, so ein paar Kinder am Haus. Genau. Dass wir uns das ansehen. Ich glaube, die, oh doch, da steht, da fliegt der Hunter. Ich sehe einen Hunter fliegen. Und da sind Bullen. Hunter fliegen? Okay, gleich voll, da sind alle Bullen. Fahr weiter, 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 fahr weiter. Was? Ich steige aus. Jojo. Okay, dann steige ich auch aus. Crash, Crash, Crash. Achota, gehen wir auf die Seite, rennen, wenn ich hinter mir her bin. So. Müssen wir verteilen. Abgeschlossen. Alter, da sind alle Cops. Wir fühlen mich sicher, wenn wir nicht sein. Ey, jetzt müssen wir durchbratzen. Ja klar. Also, ich kann Feuer eröffnen. Geht los, oder was? Hm, wartet noch kurz. 200 Meter, ja, okay, ihr könnt. Sind alle in Position? Nicht wirklich, aber ist gleich. Einer tot. Los geht's. Hab auch einen. Nice. Das Beste kommt zum Schluss kaputt, keine Angst. Stinkt, stinkt. So. Wenn wir leider mit dem Auto wegfahren haben, haben wir. Der Mentor sitzt im Hunter, sehe ich von hier hinten, ey. Siehst du es? Ja, es wird mir angezeigt. Down. Haben wir. Boah, wie viele ich erschossen habe. Uuuh. Sehr gut. Der Hunter fliegt da rum. Ja, genau. Scheiße, die haben fliegende Hunter auf dem Server. Wir kriegen nicht mal ein gepanzertes Fahrzeug. Das kümmert sich kaputt, der steigt gleich mal wieder in der Luft aus und dann stellt den Hunter ein. Bitte in der Luft schon wieder? Nein, nein, bist du nicht. Da hängt die Färten auf das Fahrzeug lang. Das ist der Hunter von dem Mentor. Jetzt haben wir mal unsere Rache bekommen, ey. Crap, sieht bei dir die ganzen Markierungen in der Luft irgendwo? Ja, da hinten. Ja, bin wir okay. Wie viele Leute haben wir denn noch? Ich würde gerne den Hunter nehmen, ne? Nur der Mentor. Der da hinten wegfährt. Wo ist denn der Hunter? Wo ist der Hunter? Der fährt Richtung Süden. Richtung Süden fährt er weg. Okay, ich geh mal. Loot, 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 loot. Bei mir zumindest. Okay, dann lass mal Richtung Straße gehen. Okay, ein Hunter, der andere, ne? Ja, aber der ist in der Luft. Ja, der fliegt. Ja, und wie kommen wir dran? Ich hab fünf Donuts, Leute. Mit dem Heli. Mit dem Heli. Leute, das ist mein Loot hier. Ich hab die Beute hier. Ich hab fünf Donuts. Jawohl, 38. Hat sich gelohnt, die ganzen Menschen umzubringen für fünf Donuts. Ja. Und fünf Kaffee, ne? Und Wasser, Hasenfleisch und Donuts. Hey, heute steigt die Party, Leute. Also, wir können jetzt fertig. Nagelbänder, wir haben Nagelbänder. Das ist geil. Das gibt's. Ja, Nagelbänder können wir doch gut nutzen. Total. Oh, der Hunter ist hinter uns. Ganz neue Leute. Akko, Akko, hinter uns. Der Hunter. Hinter uns. Hinter uns, Alter. So, Crabs, sollen wir landen? Ich muss erst mal einen Überblick verschaffen hier. Aber das ist doch hier, oder? Wir sind schon richtig. Ja, ja, wir sind richtig. Okay, wir sind richtig. Hier wird mir jetzt angezeigt. Wir machen nur ein bisschen Luftaufklärung. Ah, ja. So, bevor sie ihre schweren Geschützer auspacken konnten, haben wir sie schon beseitigt. So muss das laufen, ne? Ich würde sagen, wir müssen unbedingt mal in der Aufnahme gucken, wie viele jetzt draufgegangen sind. Ich glaube, alle bis auf. Alle bis auf. Alle bis auf. Bei der Garage. Nee, alle nicht. Ich kann da durchzählen. Geh mal mal dahin. Und das ist ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 fünf. Es sind sechs. Es sind sechs Leute gestorben, fünf davon hat Dalu getötet. Awesome, man. Happy Birthday, Dalu. Dalu hat ein sehr gutes Geburtstag geschenk gemacht. Schönen tolles Polizeigeschenk von dich, man. Auch keine von uns ein Polizeiheli. Glaube zumindest. Leute, ich habe ein neues Auto zum Geburtstag bekommen. Ralf, ich komme mit dem Yfrid zu dir. Hier sind euch mein geilen Schlitten. Ey, nice. Steht ja die Farbe. Schau, der Crabs und ich bin auch schon da, wo ich bin. Was ist denn da hinten noch? Bleib mal. Ich möchte es aufheben, was immer das ist. Das ist ein Koffer. Das ist ein Donut. Donuts. Donuts und Kaffee. Boah, hier liegt ja auch noch was zu trinken. Ist das geil. Boah, ich habe dem Enemy-Naheli da. Leute, ganz kurz, können wir uns noch um Mentors Hunter kümmern. Wir sind nur zu zweit aktuell. Ich komme, ich komme gerade mit dem Yfrid. Okay, warte, 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 Warte. Ich komme. Ich will den Hunter haben. Ich will, dass wir alle Hunter von denen holen. Ich muss mit H aufheben. Wüsste ja? Nee, mit Windows-Taste aufheben. Wir sind direkt bei der Garage. Mit Windows-Taste sind drin. Mist, auf der Map sehe ich den leider nicht. Kann sich aufheben du tun? Ja, sag ich ja. Ding ist mir wie verbaut. Der steht in Richtung hinterm Feld. Bei der Landezone dahinter ziemlich weit am Strand unten. Okay. Ich habe mal einen Wegpunkt dahin gemacht. Hast du hier Grad zu holen? Für mich? Du darfst Richtung 200 Grad fahren. Ja, Richtung Süden. 200 Grad? Warte, ich muss selber. Bin ich hier sicher vor euch? Alter, Polizei-SV bitte mitnehmen. Wir können einsteigen. Da steht da Ifrit, ne? Ich muss 200 Grad, sagt ihr, ja? Ich sehe ihn halt leider immer noch nicht. Aber auf der Karte nicht. Im Strand runter am Ende von der Flugbahn. Kannst du losfahren, SUV? Warte noch mal. Wer kommt da? Wer kommt da? Was? Ach, Outsider. Outsider will das wieder aussteigen. Nein, fahr wer da weg? Die Outsider wollen, dass wir aussteigen. Warte, warte, fahr zurück da, Lu. Ja, spielt man mich mit. Ja, mit dem Polizeiauto. Na, spielt mit, wir kommen mit dem Bullenaut. Cramps, ich glaube, es werden besser wegfliegen. Nein, 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 meine Rede mit dir. Die zerschießen den Heliwettel. Rede, 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 rede. Hängst du? Genau, geh nicht hinfahren. Lass mich aussteigen. Lass mich aussteigen hier, bitte. Ich sperre zu, warte, ich stecke aus. Warte. Ich höre jetzt. Oh, aussteigen, alle aussteigen. Warte zu, sperre zu, Cramps. Äh, Cramps, spür zu. Hast du gespürt? Ja, ja, hab ich. Du, was wollen die? Sollen sie töten? Ich höre die nicht. Warte, ich kann sein. Ich habe ihn im Visier. Gelbe, geschlossene Kette. Grüß Gott. Hat noch wer gelbe, geschlossene? Nee. Schein. Ich bin wieder raus. Oh, shit. Also, ich habe einen klaren Schuss auf die. Also, was wollen die? Bei drei, bei eins schießen wir, okay? Ach, euch ist langweilig. Mein Gott, wir hätten euch, ihr werdet fast gerade alle gestorben, Jungs. Das ist euch klar, oder? Wenn ihr mit gezogenen Waffen auf uns zukommt und sagt, aussteigen, ihr werdet jetzt gerade fast gestorben. Das ist ein Loli. So, ihr wollt irgendwas machen, oder was? Kann mich einer abholen? Sorry, Dalu. Warte, machen wir das. Bei mir heute Nacht ist nicht, Alter, ist nicht. Deine leicht schwule Handlung, Craps. Die Polizisten sind gerade gestorben hier. Der Dalu hat Geburtstag. Wir haben den gefeiert ordentlich. Genau. Wir haben so richtig die Waffen gezündet für ihn. Aber hier ist es nicht sicher, glaube ich, wenn wir hier stehen. Jetzt haben wir gerade keine Pläne. Lassst du mich töten, ey. Die wollen einen alten Omas Handtaschen klauen. Wollen wir da mitmachen? Ich finde Mentor nicht. Erstmal sollten wir den Dalu abholen. Kann ich dich jetzt bitte töten? Nein. Warum? Das sind doch Polizisten. Das sind keine Polizisten. Nein, nein. Das sind die von SD. Wenn das Grün wären, dann hätten wir ja schon lange gestorben. Ja, dein Mensch ist schon tot. Keine Sorge. Ich dachte, die wären Kops. Verdammte Axt. Ihr könnt doch gerne den Hunter klauen, der da ist. Aber die Polizei müsste gleich wiederkommen. Deswegen hauen wir jetzt ab. Leute, ich habe gar nichts. Sieh gar nichts. Ja, ich bin komplett ohne Gier. Also so, wie als wir angefangen haben. Ah, Sync Data oder was? Grape, steh einfach rein. Jo. Segment Radius. Warte, warte, wir kommen jetzt auf euch zu. Nimmt uns mit. Habt ihr genug Platz? Ihr könnt, man kann auch außen sitzen bei euch, ne? Jetzt muss ich den Sound wieder leiser stellen. Können wir den Hunter knacken und sagen, oder dann hole ich mir den Heli da drauf? Der ist in der Luft, da ist das Problem. Jetzt ist der Hunter weg. Einer muss take that hier bitte aufmachen, ey. Der Hunter fährt bei mir hier gerade. Was ist denn los? Ach stimmt, der fährt. Ja. Den haben Sie gerade geknackt. Der Hunter, da ist, ah nee, der ist Outsider dran, genau. Aber warum geht jetzt hier den Hunter, ey? Was ist jetzt los mit euch, ey? Wer hat, danke schön. Wir haben schon keinen Ifritz, jetzt gebt ihr den Polizei-Hunter her. Der Dorsch kommt da. Wer ist du gesperrt? Einer mit dem Heli am besten, bitte. Ja, ich renne schon zum Heli. Aber warum gebt ihr den Hunter her? Das war jetzt völlig daneben. Ich dachte, ihr hättet alle einen Hunter gehabt. Ihr wart ja schon alle weg. Wir konnten den Hunter nicht dran. Der flog bei uns. Der flog in der Luft. Der war für uns ausreichbar. Das war wie mit Heli-Fallcraft. Ist ja auch nicht so. Ich habe auch gerade den Bank, dass der Dorsch gerade so draußen sitzt. Ebenso wie ich. Alter, es kommen wieder drei Hunter, drei Hunter kommen auf uns zu. Jupp, ich sehe es. Ja, ja. Ich bin los. Sofort verstecken, verstecken, verstecken. Ich sehe nichts. Krabs fliegt runter mit dem Ifritz. Blaze, wo bist du? Nein, nein, nein. Ich fahre unten mit dem Ifritz rum. Ach, Mist. Also keiner da, der mich abpunkern kann, ne? Einer an der Hauptstraße. Ich komme schon wieder mit drei Hunter angefahren. Ja, alle drei an der Hauptstraße. Krabs fliegt doch zum Blaze, oder? So da, du meinst, oder? Ja, genau. Wo bist du? Da, ne? Ja, Artira. Bleiben wir auch in der Nähe der Action. Ja, klar. Ja, ja, klar. Kommt die überhaupt? Oh, shit. Ah, Blaze, Alter. Das war nice, habe ich gesehen. Oh, shit. Das zweite Mal den Ifritz geschrottet. Oh, das hat mich jetzt HP gekostet. Okay, der Mentor kommt wieder mit dem Mann da, die sind alle mit Hunter unterwegs. Ja, ja, genau. Ja, ja, ich schaue uns hier. Längst die mal ein bisschen ab, dass ich den Ifritz reparieren kann. Fuck, was, die haben die Geschütze? Ne, haben die nicht. Das ist ja gut. Längst daran, dass ihr versteckt bleibt. Der hier liegt bei uns, richtig? Ne, das ist ein Hellcat und drei Hunter. Alter, was denn das für eine Armee, die die da allgeholt haben, ey. Jetzt, wenn wir das letzte Mal dabei sein sollen, ey. Holy shit, das war krass. Telefon. Oh, da ist ein Handy ganz nah an der Nähe. Das war... Das war die Oma. Neu ist an Dahlen gekauft. Dahlen, Sportplatz? Das ist bei Crabs. Mit dem Handy. Echt? Ja. Verdammte Scheiße. Soll ich bei der Hand sein, weg? Genau, im Highway beim Flughafen alleine. Ich bin das gerade weggeschmissen. Ich will mal kurz selbst teilen, ne? Das hat mich jetzt 50 gekostet. Oh, nee, da sind die, das sind die. Oh, dieser Heli, ne? Ich will doch nur ein Stückchen weiter nach links jetzt. Oh, die rammen sich gegenseitig. Einer Hand liegt am Dach. Ja, warte mal. Ich sag doch, dass sie sich bewegen. Ich bin der Autoscooter. Sag doch, dass sie sich bewegen, bitte. Das ist jetzt bei dem Fels, denn ich wusste schon gar nicht, wo die sind. Komm drauf. Wo sollen wir jetzt hinkommen? Waffen liegen nicht mehr rum, oder? Wir können die aber machen. Wir können ja Waffen in Berlin. Wir können da gleich Waffen hinmachen. Ja, dann fliegt direkt hin. Hat einer eine Pistole für mich? Das reicht. Nein, leider nicht. Dann werden wir jetzt mal ganz kurz hier verzecken mit dem Hai. Es ist abgeschlossen bei mir. Ja. Sie sitzt denn bei mir auch gerade auf den Kragflächen da hier draußen? Ja, ja, das ist aber so. Das ist Absicht. Oh, auf mich wird geschossen. Wo bist du denn? Immer noch am Airfield. Okay, ich auch. Der Sachse geht gerade runter mit der Hellcat. Oh, der Hell, die Hellcat hat mich, glaube ich, angeballert. Warum steht ein Geschütz? Die Hellcat hat ein Geschütz, so. Dagegen können wir leider nichts ausrichten, weil wir gar nichts haben mit... ...Möglichkeit, dieses Ding runterzuholen. Meine Waffen werden auch nicht mehr liegen, oder? Ne, ne, die Waffen sind innerhalb von 30 bis 40 Sekunden weg. Okay, Blaze, ich weiß, wo du bist. Wo soll ich hinkommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss mir jetzt erstmal heilen. So, lass uns hier runter. Lass uns hier runter, dass wir hier ein bisschen Deckung haben. Ja, aber wo sind... Die Hunter fahren weg. Die Hunter fahren weg. Die fahren wieder zurück zum... Stimmt. Zu diesem Achter... Ja, zu dieser Go-Kart-Bahn. Ganz gut, so auf die Karte gucken. Alter, wenn der Hellcat... Wenn die Hellcat und sie sind immer im Arsch, ne? Die Hunter fahren wieder an mir vorbei. Blaze, du hast ja eine Waffe, ne? Die Hellcat kommt auf uns zu. Machen wir das so, dass entweder du die Waffen nimmst oder das Auto fährst? Dann kann ich vielleicht noch Leute überfahren oder andersrum. Nee, du konntest gerne das Auto haben, ne? Ja, gut, dann... Da kommt der Hunter, der Hunter von dem... Leute, wo seid ihr denn alle, Mann? Ich bin hier komplett alleine. Geh mal runter. Geh mal runter, Fert. Ja, Heli von uns, Havard. Ja, soll ich weiter zu dir kommen, oder was? Nein, geh runter. Es sind auf jeden Fall vier Hunter um mich rum, eine Hellcat. Die fahren doch schon lange weg bei uns. Bei mir sind die jetzt rechts von mir. Ja, und der Hunter ist doch nicht. Ja, und der Hunter ist doch nicht. Versteht ihr geradeaus auch. Zwei Stück sind noch auf zwölf Uhr bei uns. Die sind geradeaus, ja. Und, ja genau, zwei, aber rechts sind auch noch mal zwei und zwei Helis. Okay, rechts ist auch... Könnt ihr vielleicht noch was... Ich lenke die Schüsse auf mich. Ja, hier hat die Ausstelle. Unter uns ist ein Hechter, der ist der Wetter, das sind zwei Stück unter uns. Ja, wir müssen hier runter. Ich fahre jetzt auf der Landebahn rum. Wir müssen aussteigen und... Ja, die Heli von uns sammeln vor allem erstmal, oder? Oder was haben wir vor? Wir haben einen Feuerschutz geben, ne? Wir müssen halt die einfach mal ausschalten, weil wir haben keine Chance mit dem Heli wirklich wegzukommen. Wenn der Hellcat uns am Arsch hängt mit Ganna dran, sind wir alle tot. Na, ich, ich, ich beschäftige die hier schon ein bisschen. Ja, das ist auch gut so. Ach so, ihr kommt zu mir, okay. Alles klar, cool. Ja, wir steigen jetzt aber aus und machen Massaker. Ich glaube, wir kommen gleich aus, die sich ab uns nähern. Craps? Wir reden bis alle? Ja, die nähern sich uns. Ja, ja. Okay, fertig. Nicht, 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 nicht. Ich hab schon aufgemacht, ist schon offen. Und raus. Wow! Hellcat über uns. Aussteigen, ja, aussteigen. Okay, ich denke aus, okay, okay, fuck. Mentor sind die, die Hellcat ist da. Ach, die sind schossen! Ja, ich schieße die Hellcat. Und mich, mich wollen sie rammen. Die spielen hier Autoscooter mit mir. Wer von euch möchte zivil unterwegs sein, hat eine Waffe über. Ich bin im Airport drin hier jetzt. Gebt mir eine Waffe, wenn ihr leben wollt. Also, du musst nur bei mir bleiben. Du weißt, ich steppe immer als Erster. Ähm, der, der ist da hinten. Craps, siehst du, wo ich hinziehe? Ja, die Hellcat, oder was meinst du? Die Hunter sind im RF-Hield wieder. Ja, genau, da musst du auch. Da sind die gerade. Hunter wieder im RF-Hield. Ich bin im RF-Hield. Vielen Dank.